Mein Name ist Neil Kuhlmann, ich bin Auszubildender Automobilkaufmann im dritten Lehrjahr bei BMW. Ich bin Cara Breivik und mache eine Ausbildung zur Automobilkauffrau bei der BMW Group. Da ich mich seit meiner Kindheit für Autos interessiere und schon immer einen starken Bezug zur Marke BMW habe, lag die Entscheidung für mich nahe, mich ebenfalls bei BMW zu bewerben. Ich wollte schon immer eine Ausbildung in einem international orientierten Unternehmen machen und sehe dies als sehr gute Chance für meine berufliche Zukunft. Die Ausbildung in einer Werksniederlassung hat viele Vorteile. Zum einen die übertarifliche Bezahlung. Als besonderes Highlight auf jeden Fall die Azubi-Miete, wo ich dann auch selber meinen eigenen BMW fahren kann, während der Ausbildung schon. Hinzu kommen auch viele weitere Vorteile, die man nur als Werksangehöriger bei BMW genießt. Durch die fundierte Ausbildung und den großen Überblick, den man als Azubi in der BMW Group erhält, hat man sehr, sehr gute Zukunftschancen in allen Bereichen, sowohl im After-Sales, also im Service- oder im Teilevertrieb, im Verkauf oder auch im Back-Office, wozu die Buchhaltung, die Disposition oder auch das Marketing gehört. Die täglichen Aufgaben eines Azubis bei BMW sind sehr vielfältig. Zum Beispiel wird man an der Information eingesetzt, wo man die Kunden begrüßt und sie an die Verkäufer oder die Serviceberater weiterleitet. Gerade im Service kann man sehr eigenständig und sehr selbstständig arbeiten als Azubi. Vor allem im Räderdienst nimmt man eigenständig Kundenaufträge an und kümmert sich um die Abwicklung des Kundenauftrages. Beim Serviceberater schaut man dem Serviceberater über die Schulter und lernt, wie Kundenaufträge erstellt werden, um zum Beispiel fällige Service durchzuführen. Während der Ausbildung ist man auch eine Zeit im Teilevertrieb eingeteilt, wo man sowohl am Barverkauf sitzt und Lifestyle- und auch Ersatzteile an Kundenverkauf, aber auch an der Werkstatttheke, wo man den Mechanikern die benötigten Ersatzteile herausgibt. Zusätzlich ist man als kaufmännischer Auszubildender bei BMW während seiner Ausbildung auch in der Werkstatt eingeteilt. Dabei bekommt man die Möglichkeit, den technischen Bereich bei BMW kennenzulernen und einen Monteur bei seiner Arbeit in der Werkstatt zu unterstützen. Neben den Verkäufern wird in jeder BMW-Niederlassung auch immer ein BMW-Genius eingesetzt. Wenn man bei diesem eingeteilt ist, hat man die Möglichkeit, viel über die Technik der Fahrzeuge zu lernen und so sein Produktwissen zu erweitern. Ebenfalls lernt man viel über die Kundenberatung und ist zum Beispiel auch bei Auslieferung von Neufahrzeugen dabei. Für die Ausbildung als Automobilkaufmann sollte man Freude am Umgang mit Menschen haben, die Leidenschaft für Autos und Motorrad mitbringen und ein Organisationstalent besitzen. Die Ausbildung zum Automobilkaufmann geht über drei Jahre und wird von der IHK anerkannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017